Ich habe mir ein Glas vom Cabernet Gortis 2011 eingeschenkt. Ein einzigartiger Wein, aussergewöhnlich, damals haben wir gesagt, es ist unser maskulinster Wein. Er verhebt auch heute noch. Er macht riesige Freude mit seinen erdigen Aromen. Von dem haben wir leider keine mehr im Verkauf. Aber am nächsten Samstag, am 23. November, am Nachmittag von halb zwei bis fünf Uhr, haben wir eine ganze Reihe von unseren Spezialitäten und unseren bestens bekannten Wein im Verkauf im Haus des Weins in Bernegg. Von Gortis haben wir den 2016er in der Flasche. Er hat noch Lagerpotenzial und macht jetzt schon Freude. Oder was wir auch dabei haben, ist der Cabernet Jura. Für die Kennerinnen und Kenner, ein einzigartiger Wein, bestens bekannt und beliebt. Oder was wir dann dabei haben, und da sind wir besonders stolz, ist unser Merlot Superiore 2017. Im 2017 haben wir einen Teil unserer Merlot Trauben über einen Monat lang getrocknet, so wie der Amaroni auch gemacht wird. Anfang Januar 2018 erst gekältert. Daraus entstand ein absoluter Spitzenwein mit fast 16 Volumenprozent. Kommt vorbei, geniesst Wein, probiert sie und nehmt auch ein paar Haie für die Festtage zum Wohl miteinander. Wir freuen uns. Wir freuen uns. Wir freuen uns.